Und jetzt habe ich ihn einfach direkt, oder? Ne, ich kriege E-Mail. Viel Glück, geiler Code. J4L6 J4L6 Badam! Und dann flippt die Konsole aus vor Freude. Aber hier draußen sind doch noch Monsterchen gewesen. Kann ich die nicht bekämpfen? Monsterchens! Also, geht doch. Hey, du da! Bonk. Kami, Kasse! Fail. Wie das aussieht. Hier, du, du, mach mal. Na gut. Kriegst du doch sicher auf, oder? Hm, nichts. Was hast du denn gerade geschnitten, wenn du die Animationen abspielst? Das arme Werkzeug, das geht ja auch kaputt davon. Na, dann bin ich mal gespannt, ob dieses Fabrikinnere jetzt aussieht wie dieser geheime Raum, den wir das letzte Mal gefunden hatten. Aufzugraum. Da haben wir einen Mäusken. Kann ich von hier aus sogar knipsen, durch das Gitter. Rattus Gigantus. Großartiges Bild. Großartige Ratte. Los geht's. Dann mach mal bitte auf, Paige. Ja, bewegt dich von einer Seite zur anderen. Ist okay. Sind das feindliche Ratten? Sind die böse? Wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Stealth, Leute. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Oh mein Gott, Stealth. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Okay. Aber die Karte werde ich... Johnny. Aber die Karte werde ich halt benutzen, wenn ich sie brauche. Ich finde es besser, in dem Spiel hier so erkunden unterwegs zu sein. Es macht einfach Spaß, Tiere und Perlen alles zu entdecken. Es ist erstaunlicherweise mal wieder ein Spiel, wo ich mir einfach denke, ich will alles finden. Und nicht halt per Kartenhilfe und Detektor und so weiter irgendwas auftreiben. Hm. Gehen wir jetzt mal in eine Richtung. Wenn mich das Spiel lassen würde. Wie viele Lebenspunkte zieht wohl die Energiebarriere ab, Leute? Auch an der Teilperzen. Okay. Das musste mal getestet werden. Aber ansonsten scheint der Raum leer zu sein. Eins, zwei... Hopp! Jetzt... Jetzt wird mir gesagt, dass ich eine Vorwärtsrolle machen kann, wenn ich hier drin bin. Äh, toll. Wenn denn jetzt kommt... Ey. Ey. Scheißvieh. Hat mich in den Laser reingestoßen. Ja. Steuerung zum Hocken. Als hätte ich nicht gedacht, Leute. Jetzt bekomme ich die Tutorialerklärung hierfür. Supi. Das heißt, ich habe den Geheimraum zu früh gefunden. Da hätten sie aber trotzdem reinbauen können, dass man sich ducken kann durch diesen komischen Spalt in der Tür. Ganz ehrlich. Wer liest denn schon Handbücher? Geschweige denn, ich kann die Steuerung nicht hier in dem Menü einstellen. Also im Spiel. Dann könnte ich wenigstens nachlesen, wie die Tastaturbelegung aussieht. Aber das geht ja nicht. So. Laser aus. Nein, ich komme. Und jetzt mache ich den Laser wieder an und der darf da stehen bleiben. Eingesperrt. Natürlich, es ist ein Einweglaser. Geht nicht mehr an. Gut, da kamen wir her. Hier haben wir eine Kiste, die ich wahrscheinlich verschieben muss, vermute ich mal. Obwohl, ne, komme ich da wirklich her. Ansonsten muss ich vielleicht die Kiste in den Laser reinschieben. Also in die Elektrobarriere. Ah, könnte hinkommen. Ja, man sieht auch auf dem Boden, dass man hier diese Rillen hat, in denen man Kisten bewegen darf, wo die Wege sind. Das heißt... Wie er angewalzt kommt. Das ist immer wieder cool. Das nützt jetzt auch nichts mehr. Doch, wir müssen nur die Richtung wechseln. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Wenn das ein Sicherheitssystem sein soll, dann gute Nacht. Okay, Fabrik. Ein Reaper. Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Ohre aufpassen. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Hinter dir. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Genau das habe ich nämlich befürchtet. Oder halt gesagt, dass Paige seine Einwände klar äußert, wenn er mit sowas konfrontiert wird. Na gut. Ich werde zum Affen, Onkel. Nichts persönliches, Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Halt durch, alter Junge. Onkel Paige wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Ich probiere es. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich mir das Kabel ansehe, hat er einen Schlag gegeben. Er braucht einen neuen Schrittmacher. Und dein Job ist es, einen Organspender zu finden. Eine Sicherung. Und wo bitte schön soll ich hier eine Sicherung finden? In einem anderen Gerät? Mit dem Kolben. Hab getan, was ich konnte. Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt. Also du hast glaube ich sehr viel drauf rumgekloppt. Aber, hm. Die Spuren fotografieren kann ich gerne mal machen. Vor allem die Klaue da interessiert mich auch. Höh. Elektrischer Aufzugmotor. Nein, die Spuren kann ich hier nicht fotografieren. Da kriege ich keinen Trigger für. Hi. Wink mal. Wink mal für die Zuschauer. Los. Los. Na seht ihr. Page grüßt euch auch, Leute. Ich glaube, das wird die Streambegrüßung in Zukunft. Welchen dazu kriege. Also jedes Mal schon die Kamera winkt er, bravo. Was haben wir denn hier? Kein Saft. Viel Strom. Kein Saft drauf, Jay. Ah, okay. Wir können also auch multiple Schalter drücken, wenn er in der Nähe ist. Wahrscheinlich für Türen, die einen Doppelschalter haben zum Beispiel. Hier haben wir ein Labor. Hier haben wir ein Mittelteil. Ich tippe mal jetzt da auch ein Monster auf, oder? Hier oben. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Kisten. Ja, davon gehe ich auch mal aus. Wie war das? Lebenszeichen, ne? Schwache biologische Aktivität, genau. Da steckt irgendwas Lebendiges oder Biologisches drin. Der Elektrikraum. Und ein Speicherpunkt. Speicherpunkt ist eine super Idee. Obwohl sie das Speichermenü nicht unbedingt hätten in die, in diese Missionsstruktur reinbauen sollen, finde ich. Es ist ein bisschen, naja, keine Ahnung. Dann lieber die Disketten überall abfragen können, weil die Missionsdaten einfach mal hier irgendwo im Raum abfragen. Warum nicht? Es kann trotzdem wichtig sein, vielleicht so als Erinnerung, was man tun muss, wenn man das Spiel ewig nicht gespielt hat zum Beispiel. Oder dann einfach nur so Save Points aus diesen Maschinen machen, nicht Kartenleser oder so. Dann gehen wir erstmal in den Elektrikraum. Das klingt am ehesten noch nach einer Sicherung. Und natürlich nach rumfliegenden Kabeln. Ist ja nicht so, als wäre das hier eine Fabrik, wo man auf Sicherheit achtet oder so. Nein. Schön, dass er mir vormacht, was ich tun muss. WB-Fedo. Immer noch wie ein Fressling. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt wirklich durch den Energiestrahlen? Er rennt einfach nur hin und her, Leute. Er will einfach nur angeben gerade. Na gut, wenn du unbedingt rumposen musst, Paige. Und wir haben ja eine Karte. Sehr gut. Der Ventilator. Er stellt den Kontakt her. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. Den Ventilator rein. Gut, eine Karte. Fünf Stockwerke. Mit zwei, drei, vier Personen, die ich fotografieren muss anscheinend. Gut, gut. Ups. Ja, die Ratten habe ich schon fotografiert. Rattus Gigantus oder wie die hießen. Na, hier haben wir nur Essen. Könnte ich kaufen, aber ich habe immer noch genug Futter. Hier haben wir eine große Dürre. Kein Saft. Wo ausgerechnet im Elektrikraum keine Elektrik ist. Aber. Das scheint ja irgendwie hier mit zusammenzuhängen, ne? Ich glaube, die Ratte da oben, ne, der Ventilator, genau, den muss ich bewegen. Aber wie bewege ich den Ventilator? Kann ich das hier überhaupt schon? Oder muss ich in den anderen Raum erst zurück? Hüpp. Kamera! Kamera, spiel mit! Ne, erschrecken kann ich die Ratte auch nicht auf diese Art und Weise. Irgendwie angreifen kann ich auch nicht. Wahrscheinlich will er den Schalter aktivieren, oder? Würdest du dich einen Schritt zur Seite bewegen? Vielen lieben Dank. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich schritt zur Seite bewegen. Ich dachte, er will gerade die Tür wieder aufknacken oder so. Ja, ja, ist ja gut. Ist ein Mäuseloch? Oder ist einfach nur ein beschissener Stein? Nein, ist ein Mäuseloch. Anscheinend. Also mir sieht es sehr komisch aus. Hm. Aber kann ich gerade nichts mit anfangen, würde ich denken. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Nein, stampfen kann ich gerade nicht, weil ich keine Aktionstaste dafür zur Verfügung habe. Also, das wäre eh gewesen. Voila. Und nochmal. Gehen wir erstmal ins Labor, war das ja glaube ich, ne? Da bin ich mal gespannt auf den Reaper, wenn der nachher kommt. Kann man ja mal von ausgehen. Westflügel. Nur mal Kontroll halber. Nein, hier ist niemand zum Fotografieren. Muss ich mich hier irgendwo durchschleichen? Westenaufzug direkt voraus, Jade. Was mit den Kisten? Holzkiste. Transport und Lagerung. Okuum von Kalm. Kein Platz mehr im Album. Muss ich was löschen? Moment. Ähm. Escape. Moment. Kamera. Mission. Mission. Tiere. Fotoalbum. Fünf Fotos kann ich maximal behalten. Okay. Dann machen wir ja ein paar weg, ist logisch. Den brauche ich nicht mehr. Den hatten wir schon. Den brauche ich auch nicht. Und die Karte hatten wir schon. Gut. Sicherheitshalber, falls man später nochmal einen neuen Code findet oder so. Hier haben wir... Achso, das ist ein Schalter mit einer Glastür. Okidoki. Wo führt der hin? Der führt ins Labor. Ins richtige Labor. Und hier ist auch niemand zum Knipsen. Und es ist kein Schwein dieser Fabrikanlage, ne Leute? Niemand da. Tate, sieh mal die Spuren. Er muss hier irgendwo sein. Und er hat bestimmt Hunger. Du weißt, diese Viecher lieben Schweineländchen. Schweineländchen, lecker. Hm. Ja, ich muss hier wieder was schieben, okay. Aber wie? Weil ich hab hier... Ah, Moment. Ich glaub, ich hab ne Idee. Ich glaub, ich hab ne Idee. Hm. Hey. Und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Nein. Ich hab auch noch nicht mal Brüste. Äh, Entschuldigung. Das sollte ich, glaub ich... Wie alt ist sie eigentlich? Ich kann ja mal von Volljährigkeit ausgehen, aber gut. Wir sind keine Lara Croft. Von daher darf ich das wohl behaupten. Wenn in den ersten zwei, drei Lara Croft spielen, schon wesentlich mehr Vorbau vorhanden war, dann darf ich auf so einen blöden Spruch noch einen weiteren blöden Spruch rauslassen. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Boink. Und ich kicke erstmal Ratten ins Gesicht. Und das Ding, da hat irgendwas auf der Nase, oder? Ich muss gleich mal gucken. Boah. Ins Gesicht. Die kann ich nicht angreifen. Wo ist die nächste Ratte? Eine war, glaub ich, noch da. Nee, da nicht. So, was ist das da? Aha, guck mal. Da ist nämlich was. Aedes. Wat? Wat? Perfekt. Ich füge das in die Liste. 800. Was ist das? Rayman-Referenz? Eine Anspielung? Das muss ich mir von Nahen an sehen. Moment. Moment. Nee, halt andersrum. Ah, andersrum. Jetzt weiß ich, wie es gemeint ist. Hier. Ja, ja. Die Mücke aus dem Dschungel-Level, auf der man nachher fliegen kann. Das Moskito. Genau. Nice. Okay. Das ist ein nettes Easter Egg. Das haben sie gut eingebaut. Komme ich hier überhaupt da rein? Nein, aber das ist eine Perle. Mit einer Ratte dahinter. Die jetzt tot ist. Tada! Von der Alpha-Abteilung wieder geholt. Eine Perle. Was ist mit den Dingern da oben drin? Hypothermischer Brutkasten. Okay. Aluminium-Silikon-Kristallisation. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich kann es nicht... Zu weit. Was? Also ich kann es nicht für mein Album benutzen. Weil es halt keine Lebensform in diesen Röhren drin steckt. Aber es sind theoretisch Brutkästen. Und das hier ist offenbar der... Nee, halt. Das ist eine Kuh, oder? Ist die jetzt erst halt. Äh... Äh... War die Kuh da drin und der Reaper hat sich daran gelabt? Oder wie muss ich das verstehen? Zählt die Kuh noch als Objekt? BOS Rustica. Milchkuh. Zu weit. Was? Was ist zu weit? Zu weit. Verstehe ich nicht. Was zu weit sein soll. Muss ich näher ran? Näher ran bringt mir auch nichts. Leute, was heißt zu weit? Ist das eine schlechte Übersetzung? Also too far? Oder too far gone? Dass es einfach tot sein soll? Oder wie? Oder wat? Oder wo? Von der Seite hier? Von der Seite hier? Vielleicht ist es einfach nur... Weil dieses komische I dran ist, ist es ein Informationspunkt, der man Hinweis geben soll. Also inhaltlich Story-Relevanz oder Hintergrund. Beim Kopf ging es eben, okay. Ja, beim Kopf ist das Moskito, das ist das Problem. Das zählt halt hier. Ja, ich sehe es gerade. Unten rechts, dieses Pfoten-Symbol ist ein Tierfoto. Hier haben wir nur das I unten rechts oder an dem Marker da stehen. Das heißt, es ist Information, organische Materie, Kristallisation. K-Kristallisation, sogar ein K davor noch. Wahrscheinlich stottert das Ding hier ja nicht. Die Fliegen kennen wir ja schon, ne? Ja. Deswegen, ich vermute mal, dass wir einfach darauf hinweisen, dass der Reaper... Also wahrscheinlich ist der Reaper hier reingekommen und hat die Kuh da rausgeholt, vermute ich mal. Weil das Bein der Kuh steckt hier drin. Und hat die dann auseinandergenommen. Es kann halt auch sein, dass der Reaper da drinne war und rausgekommen ist. Aber der Fallwinkel der Kuh wird für mich irgendwie das andere eher vermuten lassen. Ja, tote Kühe sind halt nicht interessant. Jetzt ist die Frage... Was kommt jetzt? Was muss ich jetzt machen? So, wenn wir jetzt mal ein Aufzug her... Sie kommen von überall her! Oh! Aber als Roboter zählen die ja nicht als... Ey! Lass das! Ey! Wow! Die machen Schaden. Da muss ich ausweichen. Muss ich noch hinbekommen. Könnt ihr das mal bitte sein? Au! Lassen! Ich kann theoretisch ausweichen. Das ist alles möglich, nur... Ja, okay, jetzt geht's. Ah, das muss ich mir noch dran gewöhnen. Deswegen, wenn man hier guckt... Rechte Maustaste, das Ausweichen ist eigentlich relativ leicht, aber die Kameraperspektive... Wenn ich zu nah an der Wand dran bin, dann kann ich halt nicht sehen, aus welcher Richtung die gesprungen kommen. Da habe ich keine Reaktionszeit für. Da muss ich aufpassen. Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Also ich glaube, ich habe die meisten Viecher gerade kaputt gemacht, nicht du. Versuche hier nicht Credit zu nehmen, wo Credit nicht dir gehört. Ah, ich glaube, ich muss... Genau, er muss jetzt den Aufzug betätigen, weil es ein Lastenaufzug ist und ich fahre mit dem Ding irgendwo hin. Hooray! Werden wir schon hinkriegen. Na, ein weiteres Schieberätsel. Oh oh. Ah, okay, ich muss das Ding in die Elektrobarriere schlagen. Leicht wehgetan. Ich kann eigentlich mal... Mich vollfressen. Das scheint ihr sehr gut zu schmecken, wenn das so viele Lebenspunkte wiederherstellt. Ja, und wenn das Ding nur... Wenn die das normale Essen, dieses Skaros oder wie die heißen, nur einen Punkt wiederherstellen, dann brauche ich doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe am Anfang. Ähm, äh... Uh oh. Ah, hi. Ich fühle mich nicht wohl. William Shatner, Schauspielerei. Ah! Erstmal fotografieren wir das Ding da oben. Nicht gelistet. Hohe Sigma-Strahlung. Was heißt so weit? Ist schon wieder das I dran. Also es ist anscheinend schon wieder nicht relevant. Aber... Habe ich irgendwie die Kamera voll oder was soll das? Ne, das ist es nicht. Schwarze Insel. Hatte ich ja wenn schon. Tiere. Ich habe auch noch vier Filme frei. Das verstehe ich gerade so nicht. Also ich sage mal, ich habe ja unendlich Filme. Ich muss nur die privaten Filme löschen, wenn ich ein privates Foto wieder schießen will. Also... Da liegt es nicht. Ich bin gerade leicht überfragt. Ah, Moment. Hier, hier sind die, die, die Dinger da. Die kann ich ihm anscheinend geben. Es ist Items, die man im Inventar hat, die die Lebensanzeige bestimmen. Die sind nicht verbraucht. Ich dachte, die werden verbraucht. In welchem Spiel ist das denn bitteschön so, dass man Lebenspunkte dazu bekommt, durch Items, die man... Ähm... Ähm... Was zum Teufel ist mir gesichtlos? Oh fucking hell, was ist das? Oh wow. Oh wow. Oh wow. Heilige Scheiße. Ähm... Angry Blowjob Face, oder wie? Scheiße. Ja gut, ich habe euch gehört. Ich überlege es mir. Ich sage ja, wenn, dann würde ich ihm maximal eins von den Dingern geben. Allerhöchstens maximal. What the fuck Gesicht. What the fuck Gesicht. Sie sieht ja nicht mal hier so aus. Zeig nochmal. Was ist das? Was habe ich da? Warum? Alter... Ich verstehe es nicht. Nein. Wenn sie im Inventar so... Also ich glaube, sie teilt euren Gedanken, Leute. Sie ist so sauer auf mich, dass ich darüber nachgedacht habe, Page Lebensenergie zu geben. Sie will mich praktisch auffressen. Das Arnold Schwarzenegger Gesicht. Ah, blablablablabla. So sauer ist sie auf mich. Ja, dann, äh... Hallo, Mr. Agent und so weiter. Ich kann nicht mit ihm interagieren. Ich kann ihn nirgendwo auf den Schalter drücken. Ich kann dagegen treten, aber es bringt nichts. Ist es das Ding hier? Wahrscheinlich schon, oder? Schauen wir mal. Ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Was? Ähm... Äh, okay. Ich habe hier ihren Agenten, Hocken, der sich gerade anscheinend relativ gequält wird von so einem Laserauge. Aber gut, wenn die Mission erstmal sein muss, dann mache ich halt erstmal die. Ich meine, der Agent, der könnte ja nicht Informationen haben, die relevant sind. Oder wir wollen sein Leben retten. Wir sind ja schließlich die Guten oder so. Nein. Wir wollen erstmal Fotos machen gehen. Okay. Kein Ding. Ich muss jetzt doch da durch, oder? Bonk. Ja, da gehe ich garantiert nicht rein. Ich bin noch nicht bekloppt. Ich kann nicht mit ihm interagieren. Muss ich ihn fotografieren? Na gut, er zählt als Opfer, ne? Natürlich. Genau, wir waren nur und überzeigen, kurzer Entschluss sein. Ich leite das Foto an die Gouverneurin weiter. Sie wird dir den Code für den Verschluss schicken. Okay, ja, ihr habt ja recht. Ich muss natürlich ihn knipsen. Woher... Ich dachte aber, ich hätte ihn erst befreien müssen. Dass sie praktisch das Leben retten will. Und dafür... Ja, egal. D5W8. Okay. D... 5W... Moment, falsch rum. W... 8. Zack. Was haben wir denn da? Einen Gyrodiskwerfer. Also für mich sieht das aus wie eine kaputte Hand aus Klebmasse. Okay. Äh... Damit können wir auch mal schießen. Es ist eine kaputte Hand aus Klebmasse. Hab ich gut geraten, oder? So, und mit rechts... Also mit links knipse ich und mit rechts schieße ich. Bonk. Haha, ich schieße dir ins Auge. Bonk. Geht dir echt auf den Nerven, oder? Bonk. Das dürfte auch eine weitere Perle sein, ne? Nö. Finde ich gut. Jetzt kriege ich die Stimme nochmal zu hören. Das wäre gut. Bist du okay? Sie... Sie... Haben mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein. Weiß nicht. Sag dir das Iris-Netzwerk irgendwas. Hören Sie, Frau Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Nein. Und ich hab nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich... ...behilflich sein. Also bist du Double H. Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur... Noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus. Haha, Jade. Mein Name ist Jade. Wozu gibt's Codenamen? Okay. Hillis. Schiebetür. Hillis. Was? Illuminium plus Silikonfaser. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen. Stramm stehender Soldat. Tut mir leid, Miss Cyrus. Ich bin nicht unbedingt in der Verfassung für gute Ideen. Aber ich stehe zu Diensten. Jetzt hat er Lebenspunkte. Na toll. Na toll. Dummes Foltergerät. Okay. Ich tippe mal, der Herr kann das Ding hier vor uns aufmachen, oder? Ja. Ja. Ich glaube, er ist tot, Leute. Er ist jetzt gerade in den Abgrund gesprungen. Gut. Nein, nein. Da hängt er natürlich. Keine Angst. Alles in Ordnung. Ich finde einen Weg. Ich habe das Gefühl... Der Herr hat nicht mehr allzu viel drauf. Vielleicht war er vorher ganz gut in seinem Job, wenn er es wirklich Double H ist. Aber yes. Glaube ich, hat sich das mit seiner Karriere erledigt. Na gut. Der da. Der da. Na ja, zumindest klangen seine Audio-Logs ein bisschen cleverer, sag ich mal. Ich meine, er hat nicht viel Intelligentes drin gesagt, aber er klang wenigstens noch ein bisschen cleverer als das gerade eben. Das erinnert mich irgendwie an den Paladin aus Seville, diesen etwas hohleren Vertreter des Lichts. Hat irgendwie Ähnlichkeit in meinen Augen. Aufzugrauben. Hey. Müssten wir jetzt ja langsam wieder zurück zu... Page kommen, ne? Ah, da komme ich rüber. Okay. Hui. Habe ich eigentlich Munition? Also... Nö. Offenbar habe ich unendlich Munition mit dem Ding. Das ist schon mal praktisch. Hoppala. Halt durch, Jane! Jane, große Tacke! Jane, hilf mir! Du bist eine große Hilfe! Das ist echt eine Riesenhilfe, mein Freund. Cyklopeus palustris. Ist das überhaupt ein Seelenfresser? Ich glaube nicht. Dieses Monster ist seit Tausenden von Jahren ausgestorben. Und eine Menge wert. Neuester Rekord beim Fotomachen. Und kann mit Lasern schießen, offenbar. Boah, die Kamera ist gerade auch nicht hilfreich. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Achso, ich muss schießen, natürlich. Na, kommst du wieder runter? Jawohl. Rums. Au! Okay, die Laser, die er dabei auf den Boden macht, die sind ein bisschen... Oh. Ha! Und er hält ihn vor sich, damit er keinen Schaden bekommt. Clever, clever girl. Oh mein Gott, ich kann während dieser Ansicht weiter steuern, Leute. Damit ich theoretisch dem Sprung ausweichen kann. Aber da fährt er halt so richtig... Okay. Ja, hi, wie geht's? Geht's gut? Kommst du mir nicht näher? Ja, er kommt mir näher. Okay, gut zu wissen. Sorry. Ich muss ihn halt... Ich muss ihn beschießen, damit er versucht, ihn als Schutzschild... Nein. Nein, du nimmst ihn als Schutzschild. Dann hau ich dir von hinten richtig schön eine ins Gesicht. Ja, von hinten ins Gesicht, genau. Was sind meine Taktiken für heute, Leute? Hoppala. Nein, nein, das lässt du schön. Das ist ein cooler Kampf. Macht Laune. Na? Ich muss das Auge treffen, aber es ist relativ easy, das Auge zu treffen. Weil es halt so groß ist und sehr vorhersehbar ist, wo er landet und wie er stehen wird. Oh, das war's schon. Oder es ist P2, das kann auch sein. Nee, halt, Quatsch. Es ist schon wieder die... Äh. Ich weiß nicht, ob es eine andere Kammerperspektive ist oder eine Cutscene. Das ist nie ersichtlich. Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Schweine-Witze. Er ist ein Schwein. Versteht ihr es? Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Genau. Kannibalismus. Es ist ein Humanoid. Also muss es als Kannibalismus zählen, oder Leute? Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Der kam mir nicht so vor, als könnte er noch schreiben in seinem aktuellen Zustand. Aber gut. Wenn ihr das sagt. So, ich bin da drüben hochgekommen. Das heißt, ich habe jetzt theoretisch... Ach nee, ich bin ja wieder bei diesem Durchgang. Labor. Wir müssen einen Weg finden, an diese Perle da heranzukommen. Ach so. Die wollte ich auch noch haben. Die ist ja gar nicht zu uns hochgeflogen gekommen. Ach nee, das ist das Monster. Hey, lebst du noch? Lebst du noch? Ich glaube nicht. Nein. Die Perle kann man nicht abfeuern, in dem Sinne. Habe ich hier vielleicht irgendwie so eine Art... Kran oder sowas in der Richtung? Ich habe eine Idee. Paige, spring mal runter. Wird schon schief gehen. Vielleicht mit dem Aufzug irgendwie runterfahren oder so. Erstmal brauche ich ja noch eine Sicherung hierfür. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch. Ich wollte gerade sagen, wo, wie, was war ich jetzt gerade nochmal? Ne, speichern muss ich nicht. Speichern ist okay. War ich jetzt... Feuer hier unten oder Elektrikraum? Elektrikraum konnte ich doch nichts machen. Da war ja eben die Tür mit dem Ventilatorlicht. Ah! Ich müsste jetzt theoretisch den Ventilator oben mit den Discs abschießen können. Das könnte klappen. Da hängt er da oben etwas fest. Jawohl! Bonk! Und da dreht er sich zumindest schon mal ansatzweise in die richtige Richtung. und ist drüben. Na ja, ich muss ja selbst drücken. Oder kann ich auch? Zack! Für den Preis könnte ich mir ein bisschen was zu essen kaufen. Ich habe noch drei Stück. Ich denke, das mache ich sogar. Ich will nicht reden. Ich will einkaufen! Schätze, das wird ein höllischer Bericht. Ja, aber vergiss nicht, Jade. Spiel bloß nicht den Helden! Schieß alles... Äh, schieß auf alles, was dir komisch vorkommt. Und dann nix wie raus hier. Okay. Schade. Ich habe jetzt gerade wirklich im Moment gedacht, er geht hinter mich und will Jade einfach so eine Kopfnuss geben oder sowas. Das wär's gewesen. Ich habe Neuigkeiten von Double H. Der Iris-Kontaktmann? Er ist noch am Leben? Ich denke schon, ja. Ich werd's dir erzählen. Später. So. Ich will einkaufen. Warum kann ich hier nicht einkaufen? Ist das Ding dicht oder so? Nee, halt, er war jetzt gerade benutzen. Er war die ganze Zeit nur zu nah dran. Konto, Identifizierung. Okay. Ein Starrkurs stellt ein Herz der Liebensenergie wieder her. Einmal. Eine Büchse Karbabs. Eine Büchse. Ein Starrkurs stellt ein Herz der Liebensenergie wieder her. Eine Büchse Karbabs. Wie teuer sind die, die, die Karbabs 300? Einen nehme ich mit. Einmal voll aufladen möchte ich haben. Und das andere habe ich ja aufgebraucht gehabt. Und kann ich mir beim Bären beim nächsten Mal im Leuchtturm dann nochmal so ein Ding holen, wenn ich das jetzt auch aufbrauchen sollte. Uh, das ist ein großer Raum. Hey Jade, Sicherungen. Genau das, was wir für den Aufzug brauchen. Genau. Geh mal hin und reiß sie raus. Sieht ja nicht so aus, als wäre sie unter Strom oder so. Alles, alles okay. Weißt du was, ich mach das sogar. Hier. Mach mal selber. Ich habe einen Spezialschlüssel, Jade. Ja. Du willst ja also nicht die Pfoten elektrisieren. Na bitte. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Wie sieht denn dieser Spezialschlüssel aus? Hat er zufälligerweise einen Totenkopf oben drauf und sieht aus wie ein Skelett oder so ähnlich? Ah, ein Spezialschlüssel für Miss Jade. Direkt voraus. Ich nenne sie aber das Schlüsselkarte, aber gut. Ähm, ähm, ja. Sag einfach wann, Jade! Ihr wisst, woran ich gerade denke, oder Leute? Ich brauche es nicht mal aussprechen. Aber gut. Sag wann, Jade! Jetzt! Also ich kann ihn nur... nur angreifen, wenn er im grünen Modus ist. Und in die Barriere! Ja, ich hau ihn einfach volles Pfund aufs Maul. Hurra! Dafür gibt es einen weiteren Lebenscontainer. Und füllt direkt sogar noch auf. Das ist gut. Legend of Zelda, Logik sei Dank. Und was liegt da? Ach, die Karte wahrscheinlich, ne? Ja. Hätte ich fast vergessen! Gut gemacht, Jade. Zwei, drei und benutzen. Ja, gut. Die meisten Inventaroptionen, die wir bis jetzt hatten, mit auswählen und benutzen, hat sich von alleine geregelt meistens. Ich wusste es! Ich habe doch jetzt den Spezialschlüssel. Warum konnte ich das Ding jetzt nicht rausnehmen? Ich bin doch immer. Und so. Hier vorne braucht man den, da hinten nicht. Ach, wie schön. Was cool ist, man kann hier halt ineinander kicken, wie es aussieht. Bam! Da muss man sogar. Je nachdem, wie man es halt macht hier. Um überhaupt irgendwas zu erreichen. Die Sache ist, ich muss jetzt mal irgendwie versuchen, in Position zu bringen, bevor hier irgendwas passiert. Hey! Hey! Das ist mein Schwein am Leben. Das brauche ich noch. Ah, okay. Ich ziele mit dem Kreis. Das habe ich vorher gar nicht so gemerkt. Deswegen habe ich die Zeitverzögerung. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob es einfach nur Style sein soll oder so. Aber ich habe halt vorher nie die Maus groß bewegt. Wo muss ich dich jetzt reinkicken? Du bist ja alleine. Oder kann ich dich einfach nur verkloppen und das war es dann. Aber die Musik ist cool, Leute. Lauf mir nach, mein lieber Robby! Ich könnte dann die Elektro-Teile reinhauen. Er schafft es wirklich aus der Distanz heraus, die Biese zu stunnen, ne? Was für Musik. Also man kann auch auf die Dinger einkloppen. Okay. Man muss es halt nur machen, nachdem sie gelandet sind. Dann ist alles okay. Das macht mich krank, all diese mechanischen Wunderwerke platt machen zu müssen. Mein Chatfenster ist minimal... Das ist minimal länger als das Playfenster. Wo ist das Playfenster? Ähm, nee, Philo, das täuscht. Zumindest, ich habe das auch die ganze Zeit gesehen. Ähm, wenn ich ihn weiß... Ich kann es auch mal... Ich kann es... Ich zeige es dir vielleicht später mal. Ähm, ich habe das schon abgepasst. Aber es scheint so, dass das Chatfenster in Schatten wirft. Oder dass der rote Hintergrund an der Stelle halt eine schwarze Färbung hat. Deswegen sieht das länger aus, als eigentlich ist. Ich habe das selbe Problem. In dem Punkt bin ich auch ziemlich perfektionistisch, wenn es um Interface geht. Und ich habe das mit einem weißen Hintergrund abgeglichen. Das passt einfach nicht. Achso, okay, ich habe ein Zeitfenster, um das hier rauszuholen. Oder auch nicht. Ja, genau, ich will ausschalten. Dankeschön. So, aber da hinten war ja auch noch eine Sicherung. Die brauche ich doch wahrscheinlich auch. Ja, natürlich bin ich zu knapp. Meine Güte. Meine Güte. Nochmal. Na also. Jetzt haben wir zwei Sicherungen. Vielleicht kann ich damit irgendeinen Geheimraum öffnen oder sowas. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, wo Türen mit Sicherungen waren. Abgesehen vom Aufzug, den wir reparieren müssen. Ah, Strom aus, weil ich doppelt Sicherung rausgenommen habe. Cool. Macht sogar sinnvoll. Hier wird kein Boss mehr kommen, weil das ja schon Boss Areal war durch den Zyklopen-Monsterus. Jetzt speichere ich mal, bevor ich den Teil nochmal spielen muss. Na, komm schon. 2...44. Wir können nochmal eine Uhrzeit, also eine Zeit direkt dran schreiben, dass man nicht einfach alles durchscrollen muss. Da muss ich mich die ganze Zeit fragen, was ist denn das Aktuelle? Da kam ich her. Da unten war ja, glaube ich, nix mehr. War im Labor irgendwo was zum Fassung einsetzen? Ich geh mal kurz ins Labor nochmal und schau mal nach. Ob man hier irgendwo eine Sicherung einsetzen kann. Weil dann macht es natürlich Sinn, hier drin zu sein. Nur im Labor. Im Westflügel muss ich, glaube ich, also in dem Teil, wo der Kerl gefangen hat, glaube ich, muss ich nicht nochmal reingehen. Naja, aber... Ey! Ihr verkackten kleinen Rattenmist-Biester! Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, weil hier war schon die Perle da hinten in dem Raum, in dem kleinen Safe da drin. Von daher kann ich wohl stark davon ausgehen, dass es das einzige Geheimnis in dem Raum war, abgesehen von der Rayman-Mücke. Okay, dann gehen wir zurück zum Aufzug. Und machen das mal. Also langsam, denke ich mal, kommen wir dann mit der Zeit hin, für heute Schlutz zu machen, wenn wir hier durch sind. So, Sicherung. Genau, das machst du, mein Freund. Nicht auf den Schalter drücken! So. Lass mich raten, jetzt muss ich auch noch den Generator irgendwie anschalten, oder? Natürlich. Äh, ne, oder? Muss ich jetzt das Ding hier einbauen, oder muss ich das reparieren, oder? Reparier es! Los! Äh, wir sollten den Aufzug benutzen können, denke ich mal. Hm, zuerst müssen wir ihn ans Laufen bringen. Zum Laufen. Ja, danke schön, Sherlock. Guck mal, das Aufzugskabel wurde zerschnitten. Schon gesehen! Nein, wenn wir es lösen und uns den Saft von woanders herholen könnten. Ah, okay. Sicherung implantiert, Doktor. Eine Operation in drei Phasen. Motor ausbalancieren, Sicherung einbauen, Schocktherapie, um ihn aufzuwecken. Und das war's. Also brauchen wir jetzt noch die Schocktherapie, vermutlich, von, ich würde mal sagen, dem Kabel darüber. Das ist halt die Frage, muss ich das Ding einfach nur abschießen, oder wie funktioniert das dann? So, damit ist die Maus schon mal weg, das ist gut. Aber hier geht's weiter. Das hilft schon mal nicht. Ich hab's gelöst, okay. Ich dachte, ich muss mich mit deiner Verbindung. Ich weiß nicht, was der Typ dazu sagen würde, aber gleich wissen wir, ob es klappt. Die Ratte muss trotzdem sterben. Wow, Kameradrehung. Das sieht funktionssüchtig aus. Brauch's auch nicht. Kommt jetzt ein Soul Reap, erle? Mit dem Aufzug runtergefahren. Wollte ich grad sagen, die Perle da unten haben wir doch auch noch nicht. Oder? Komm ich noch zu der Perle, oder muss ich das jetzt machen, bevor ich jetzt wegfahre? Weil der Aufzug bringt mich ja nach oben. Und ich hab hier ansonsten keine Möglichkeit, da runterzukommen. Ich müsste es halt irgendwie da rausfischen, sag ich mal. Nur, ich hab hier keinen Kran oder sowas. Und ich kann garantiert nicht hier runterspringen und wieder hochkommen. Irgendwie ganz normal da. Bock. Ne, passiert nix. Ich könnte auf den Typen runterhüpfen, ihn als Boot benutzen. Ich kann hier aber auch nirgendwo die Kante runter. Okay, mit dem Hovercraft. Ne, ne. Wenn ich mit dem Hovercraft rankomme, dann ist das eine Info. Ja, das ist auch der Tunnel. Macht Sinn. Gut. Das reicht mir als Info. Danke. Ich hab gefragt, Jezebel. Das ist fair. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Dann hätte ich jetzt hier ewig lang rumgesucht auf allen Etagen. Das ist halt... Das können wir dadurch locker verhindern. Sparen wir Zeit durch. Das sieht nicht sehr gut aus. Übrigens, Jade. Hier, die ist letztens für dich gekommen. Du schaust dir der Besser mal an. Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Vielleicht ein neuer Auftrag. Hm. Ja, möglich. Entschuldigung. Aber es war hier immer so viel los. Ja, äh, gib ihr mal die CD, während ihr hier noch im Aufzug steht, der vielleicht gleich zusammenklappen könnte. Es wäre vielleicht ganz clever, rauszugehen auf dem Aufzug, bevor man so, sowas macht. Ne, ne, ich hab ja nach gefragt. Das ist kein Problem mit dem, mit dem Hovercraft. Darauf wäre ich nicht gekommen. Von daher ist es okay. Äh, genau. Doppel drücken. Das habe ich ja schon angekündigt mit dem Doppel drücken. Ah, die Herrschaften schon wieder. Könnt euch gerne knipsen. Das Problem ist nur... Ja, dankeschön, sie kesseln mich leider ein bisschen ein. Und ich kann ja auch nicht die Stampfattacke benutzen aus irgendwelchen Gründen. Sarkophagus Domsi. Perfekt. Perfekt. Ich füge das in die Liste ein. Die haben mir noch gefehlt. Hui, ich habe ganz schön viel Schaden genommen. Nicht schlecht, Süße. Ohne dich wäre ich jetzt Räucherspeck. Irgendwann haben wir sämtliche Schweinegerichte, die es auf der Welt gibt durch, Leute. Wie wäre es dann nächstes mit Speck mit Bohnen im Speckmantel? Äh, das klingt nach einer guten Gelegenheit zum Futtern. Wahrscheinlich finde ich gleich einen weiteren Herzcontainer, den ich hätte so auffüllen nutzen können, aber das ist mir das Risiko gerade nicht wert. Wir müssen erst rausfinden, womit wir es hier zu tun haben. Okay, bin gleich zurück. Da muss ich zwar rein, aber ich habe da durch die Tür was gesehen. Schiebetür. Verstärkter Stahl. Sehr wichtige Info. Oh mein Gott, sie hat was hingekommen. Sie ist stark genug. Erinnerung an die Streams von Tales Gaming, von Angel of Darkness. Lara Croft, die erst stark genug werden muss, um mit Gegenständen zu interagieren. Größter Fail überhaupt. Okay, der hat seine Maske auf, das zählt nicht. Das Ding kann ich zwar knipsen, aber es bringt mir halt nichts. Haben wir hier auf der Seite irgendwas Interessantes? Ja, das Bild, was da aufleuchtet. Ah, den Code kann ich mir auch schon mal schicken lassen. Ich brauche mehr Beweise, Schroni. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Ja, 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 ist ja gut. So, dann fahr mal da rein, Kistchen, damit ich knipsen kann. Jawohl. Da drin werden anscheinend Personen transportiert. Aber es gibt hier noch ein zweites Foto, was ich wohl brauche. Wir brauchen folgende Fotos, Schroni. Den Inhalt der schwarzen Behälter? Einen Alpha ohne Helm. Genau. Die können wir in Ausgabe 513 von Iris veröffentlichen. Viel Glück! Also, noch den Herrn ohne Helm. Ich kann zwar jetzt davon ausgehen, dass er dann unten den Helm absetzt, aber ich gehe mal nicht davon aus. Es sei denn, ich lenke ihn ab. Vielleicht mit einer Schießdiskette oder so ähnlich. Ich kann ihn auf jeden Fall ablenken. Die Sache ist, was... Was hat er gerade was gebracht? Nein, das Licht ist immer noch an. Okay. Was ist das da? Ein Laserstrahl. Einfach nur Laserstrahl. Achso, da ist eine Barriere auf der rechten Seite. Kann ich in den Helm vom Kopf schießen? Warte, ich werde hier einen Insel entdeckt, oder? Ich bin unter Beschuss. Eindringling! Eindringling! Wow. Öffnet Granaten sogar an. Bitte Erlaubniszone zu säubern. Bestätigt. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich habe dadurch sozusagen die Agro resettet, die ich hatte. Das geht nicht. Und dass das jetzt keine weiteren Konsequenzen nach sich zieht. Da unten ist eine weiße Maus, die will ich haben. Das war mein Album. Aber sie läuft weg, wenn ich zu nah dran bin. Also gehen wir mal hier runter. Und haben wir eine Karte. Ah, cool. Habe ich die schon? Ja, die Karte haben wir schon. Level 6 Gitter verstärkter Stahl. Achso, das Ding vor mir. Ich wollte gerade sagen. Ansonsten ist hier aber gerade nichts weiter, was ich untersuchen könnte. Ist die Ratte wieder da? Naja, aber ich komme. Vielleicht muss ich von oben fotografieren. Von hier aus kann ich sie nicht sehen. Auf jeden Fall muss ich höher. Hoch genug, damit ich sie triggern kann. Na komm schon. Na komm schon. Ja, also. Geht doch. Ratus Albus. Eine Albino-Ratte. Okay, ich speichere das. Nice, nice. So. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Obwohl, ich kann mal... Jetzt kann ich mal die Karte checken, um das zu sehen. Äh, nein. Das andere Foto brauche ich in einem ganz anderen Raum. In einem ganz, ganz anderen Raum. Wo ich theoretisch wieder zurück muss. Oder muss ich mich einmal durch den ganzen Komplex schleichen? Das könnte auch sein. Ach, du Heiliger. Da geht's jetzt zurück zu... Theoretisch Paige. Theoretisch. Nooooooo. Dieser besorgte Gesichtsausdruck, Leute. Das war's. Tja. Wir haben verkackt. Mua-mua. Aber die Kiste kann ich definitiv bewegen in irgendeine Richtung. Wahrscheinlich, falls ich irgendwo hoch muss. Oder nicht. Hm. Vielleicht da? Vielleicht kann ich das Ding aufkicken. Und hier kann ich schon springen. Okay. Wo soll mich das hinbringen? Nirgendwo hin. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich vermute... Kommst du da durch, Jade? Theoretisch ist das doch unmöglich, weil die Tür im Weg ist. Nein, wir... Oh!